Das ist kein Test. Dinosaurier wurden auf der Straße 693 in der Nähe von Markierung 7 gesichtet. Beamte des Dezernats für prehistorische Wildtiere wurden entsandt. Ich wiederhole. Die Dinosaurier wurden entsandt. Bitte meiden Sie dieses Gebiet. Zentrale von Team 1. Wir haben hier das Ziel im Visier. Verstanden. Brühen Sie sich nicht und bleiben Sie auf Abstand. Was? Mike! Das ist ein 3600 Kilo Pakurinosaurus. Willst du ihn etwa wegschleppen, wenn er bewusstlos ist? Nein. Richtige Antwort. Warum gehst du nicht schnell zurück zum Wagen und schnappst dir unseren Netzwerfer? Und vorher legst du noch das Betäubungsgewehrwerk bevor? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir? Oh! Oh! Ronny? Darius? Tja, also wie es aussieht, steckst du irgendwie ein bisschen in der Bredouille. Ja. Allein hätte ich das nie geschafft. Oh! Das sehe ich. Ganz ruhig, ja? Was soll das denn werden? Ich regle das. Hoffentlich. Hallöchen, mein großer Freund. Ist gut, Großer. Ganz ruhig. Hallo, du kleiner Krawallo. Okay. Ruhig. Ganz ruhig. Also, ich kenne dein Problem mit diesen netten DPW-Beamten nicht. Aber, wie wär's, wenn du ruhiger wirst, Kumpel? Eine Freundin von mir behauptet ja, dass du verstehen könntest, was ich sage. Aber, ich glaube, du reagierst einfach nur auf meine Stimme, die so sanft und beruhigend ist. Ist doch egal. Wenn es dir nichts ausmacht, rede ich weiter. Friedlich und zurückhaltend. Ungefähr so. Ganz ruhig. Ich tu dir nicht weh. Beruhig dich, Großer. Sei nett zu mir. Echt mal, ja? Verstehe. Also, das tut dir sicher weh. Deswegen die schlechte Laune. Alles gut. Danke, dass du mich nicht blamiert hast. Danke, dass du mich nicht blamierst.